Computerhöft, Ihr Computerfachgeschäft in Templin und Selow. Seit mehr als fünf Jahren wird hier mit hoher Qualität und gutem Service gearbeitet. Vertrauen Sie der jahrelangen Erfahrung unseres Fachpersonals mit Windows-PC, Apple- und Linux-Betriebssystemen. Besuchen Sie unsere Geschäftsstellen und lassen Sie sich beim PC- oder Notebookkauf professionell beraten. Wir bauen auch Ihren Wunsch-PC zusammen, genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Wir kommen auch gern zu Ihnen nach Hause und helfen direkt vor Ort bei Computersorgen oder bei der DSL-Einrichtung. Computerhöft – gute Hardware, gute Preise.